Bürgermeisterin, Bürgermeisterin, hörst du uns, hörst du uns, die Arntschule muss bleiben, die Arntschule muss bleiben, mach sie nicht zu, mach sie nicht zu. Mit Lichtern, Kerzen und Plakaten beteiligten sich mehr als 300 Schüler, Eltern und Großeltern an einer Demonstration vor dem Luckenwalder Rathaus. Die Stadt Luckenwalde zieht eine mögliche Schließung der Ernst-Moritz-Arnd-Grundschule in Betracht, aus Gründen der sinkenden Einwohnerzahlen und der daraus schlussfolgenden Verringerung der Schülerzahlen. Die Stadtverwaltung hat eine Idee in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt und hat gesagt, man könnte sanieren, aber für die Sanierung wäre kein Geld da. Ansonsten bleibt halt nur noch die Schließung. Sie denkt zwar auch noch über eine Verlegung des Standortes nach, aber auch der kostet viel Geld. Für uns war es eben halt als Eltern, als Lehrer und auch als Elternsprecher eine völlige Überraschung, als wir das aus der Zeitung erfahren haben. Und deshalb wollen wir jetzt einfach sagen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Wir möchten gern unbedingt, dass diese Schule erhalten bleibt, auch für zukünftige Grundschüler. Wir brauchen kurze Wege zur Schule, wir brauchen kleine Klassenstärken. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Vorteile, die unsere Schule bietet, einfach kaputt gemacht werden. Wir haben eine super Infrastruktur, wir sind ganz in der Nähe von einem Spielplatz, wir haben ein Sportfeld direkt vor der Tür. Die Straße wurde frisch saniert und unser Hortgebäude auch. Und es wäre völlig unsinnig, das jetzt einfach zu ignorieren. Und die Sanierung steht schon lange Jahre fest, steht schon viele Jahre aus, ist dringend überfällig. Und es muss möglich sein, sie durchzuführen. Der finanzielle Aspekt darf laut Elterninitiative nicht das alleinige Argument sein, um über den Erhalt der Ahnschule zu entscheiden. Die Lage, die über 100-jährige Tradition und die Gefahr zu großer Klassen bei einer Verlegung der Schüler auf andere Schulen müssen in Betracht gezogen werden. Im Moment wissen wir nur, dass die Geburtenraten stabil sind. Wir wissen, dass wir ein Wirtschaftswachstum in Luckenwalde haben. Für uns sieht es im Moment nicht so aus, als ob die Schülerzahlen sinken. Natürlich wissen wir alle nicht, was in 20, 30 Jahren ist. Und es werden halt Rechenbeispiele angestellt, aber immer mit dem Ziel, dann zu sagen, es gibt große Klassen. Große Klassenverbände sehen wir aber als Gefahr. Die Kinder brauchen kleine Klassenverbände. Und wenn die Schule geschlossen wird und auf die zwei anderen Standorte verteilt wird, gäbe es höhere Klassenstärken. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog von der Heide äußerte sich zum Sachverhalt, zeigte sich aber verständnisvoll gegenüber den Schülern und Eltern. Und die Maßnahme, die ich vorgeschlagen habe, soll ihre Wirkung entfalten, dass in 2015 das letzte Mal an der 1. Klasse eingeschult wird. Und ins Jahre 2019 dann die Umtopfung, in Anführungszeichen, der 5. und 6. Klasse erfolgt. Also ein weiterer Zeitlauf, dass auch die Schüler, die jetzt in der Arndtschule sind und in dieser Schule verbunden fühlen, auch noch ihre Schule, ihren Grundschulzeitraum erinnern können. So etwas ist auch bedacht worden. Auch Schüler und Eltern äußerten sich hier ein paar Meinungen. Die Arndtschule ist ein Schulstandort mit Tradition, wo die Kinder gerne lernen. Es ist eine kleine Schule, an der sich die Schüler, die Lehrer, die Eltern kennen. Es ist eine Schule, wo schon jetzt Integrationsarbeit gelebt wird. Und es ist eine Schule, wo sich Eltern, Lehrer und vor allem unsere Kinder gemeinsam aufgemacht haben, den Stadtverordneten der Bürgermeisterin unsere Sorgen mitzuteilen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Bürgermeisterin heute Abend die Courage besessen hätte, wenigstens ein Wort mit den Kindern zu wechseln, aber gar nicht zu kommen und sich in einer Stadtverordnetenversammlung zu verstecken, war einfach schade. Wir haben tolle Lehrer und alles ist so nah dran. Wir brauchen nie weit laufen. Es sind nur Verräter, hin zu kommen. Weil die Arndtschule eine sehr gute Schule ist. Und es macht halt auch Spaß, da hinzugehen. Und viele Leute da vor uns sind ja auch schon hingegangen. Die haben einen guten Abschluss gemacht. Viele Freunde von mir gingen auf die Schule. Und es ist halt schade, wenn sie gestorben wird. Ja, das ist auch gut im Zentrum, weil da auch viele Wohnungen sind. Das ist gut für die kleinen Kinder. Und auch die anderen Schulen werden total überfüllt. Und es würde gar nicht mehr gehen, finde ich. Und wir kämpfen einfach für die Bildung in Luggenwalde. Da zwei Schulen einfach für uns nicht akzeptabel sind. Weil diese Schulen, diese vielen Kinder im Sinne der Inklusion, die uns bevorsteht und der Integration der vielen Kinder einfach nicht gegeben ist. Diese zwei Schulen schaffen es nicht. Die Schulleiter dieser Schulen haben dazu auch schon ein Statement abgegeben. Und die können ihre, sie haben die Räumlichkeiten. Aber für die Klassenstärken, die daraus entstehen, zwischen 28 und 30 Kinder pro Klasse, dafür sind die Schulen nicht ausgelegt. Wir wollen natürlich den Dialog mit der Bürgermeisterin und mit den Fraktionen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir ja auch wissen müssen, erst mal, wo fehlt überhaupt Geld. Das ist für uns im Moment noch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass Geld fehlt für die Sanierung, aber nicht an welchen Stellen. Wir wollen natürlich gerne auch unseren Beitrag leisten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir erst mal in das Gespräch mit den Vertretern der Stadt kommen. Die Bürgermeisterin wurde in die Arndtschule eingeladen, um gemeinsam über einen möglichen Erhalt des Schulstandortes zu diskutieren. Frau Herzog von der Heide nahm dieses Angebot auch gern an. Wir kommen natürlich irgendwann zu einem Punkt, wo wir alle Argumente ausgetauscht haben. Und dann wird jeder für sich dafür empfinden und sagen, das ist haltbar oder das ist nicht haltbar. Aber diesen Prozess wollen wir vorantragen. Ich denke, wir werden auch, damit wir uns in der Tasche rufen, wahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis kommen, wo wir alle sagen, das macht uns alle glücklich. Und wir können versuchen, den Weg dahin, vielleicht Maßnahmen, Zeitanläufe zu finden, die also auch aus ihrer Sicht und der der Eltern und Lehrer und natürlich auch der Kinder vertreten ist. Aber all die Kinder, die heute als Schüler der Arndtschule um ihre Schule bangen, die sind von dieser Maßnahme, so wie ich es vorgestellt habe, nicht betroffen. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal vorstellen. Die Kinder können sich nicht vorstellen, dass ihre Schule geschlossen werden soll, auch wenn sie selber vielleicht nicht davon betroffen sind. Ihnen ist es wichtig zu wissen, ah, das ist meine Schule und da war ich gern gewesen und da möchte ich mich immer gern dran erinnern. Und ansonsten haben wir natürlich ganz viele Eltern, die uns auch unterstützen und Großeltern sogar. Und sie haben ja gesehen, heute Abend waren ja fantastisch viele da und haben das gezeigt. Wie sich die Diskussionen nun gestalten werden und zu welchem Ergebnis man letztlich kommt, bleibt also abzuwarten.